Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Viva Austria Top 20. Und wenn ihr euch wundert, warum jetzt der Herr Lukas neben mir steht, dann ist es leicht erklärt. Es gibt nämlich Menschen, denen ist den ganzen Tag ein bisschen langweilig, weil sie unterfordert sind. Oder wie wir bei Viva sagen, Underemployed. Und da gab es eine Underemployed Competition passend zu der Fernsehserie, die auf Viva läuft. Und die hat dieser Herr gewonnen. Mehr zu Lukas, gleich nach den Sportfreunden Stille und Daft Punk. Applaus, Applaus, es könnte nicht passender sein. Lukas, du hast die Underemployed Competition gewonnen. So ist es, Markus. Jetzt erzähl endlich mal ein bisschen was von dir. Also, der Weg hierher war natürlich nicht ganz leicht. Mein Butler hat ordentlich schuften müssen, aber mit der Senf hat er das dann doch noch geschafft. Ich freue mich hier zu sein bei euch. Viva Underemployed, es war eine große Herausforderung, mein Leben zu filmen, was ich so den ganzen Tag treibe. Das ganze Leben von Lukas, immer noch online, glaube ich, auf YouTube zu finden. So ist es, auf YouTube, Viva Underemployed Competition, Lukas Gäuser, da könnt ihr es euch anschauen, das gebe ich in einem Video. Und danke an alle, die für mich gewotet haben, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Sonst würde ich nicht hier stehen. Jetzt solltest du mal was hakeln, sag die nächste Nummer an. Hakel, natürlich, die nächste Nummer, das ist Alec Golding mit Burn. Heute zu Gast bei den Viva aus der Top 20, niemand geringerer als der Gewinner der Viva Underemployed Competition, unser Lukas. Das bin ich. Und ja, wir kommen jetzt zu deinem Spezialgebiet. So ist es, Markus. Und das ist natürlich, wie soll es anders sein, das Pause machen. Aber nicht so lange, denn danach kommt gleich die neue Österreich-Neuvorstellung. Also, bleib dran. Und ich habe ein Geschenk für dich. Nicht schlecht. Und hier sind wir auch schon wieder zurück. Lukas und Markus. Lukas darf heute mit mir die Viva aus der Top 20 moderieren, da er die Viva Underemployed Competition gewonnen hat. Und zusätzlich bekommt er auch noch ein T-Shirt von unserer lieben Volksbank. Markus, vielen Dank. Ja, so sieht er. Das gefällt mir. Warum hast du dich eigentlich überhaupt beworben? Warum ich mich beworben habe? Wegen dem T-Shirt? Das T-Shirt ist natürlich der Hauptaugenmerk, aber mein Ding ist die Moderation. Ich wollte schon immer moderieren. Und wenn unser lieber Markus irgendwann mal in Pension geht, bin ich gerne für euch da. Also, merkt euch dieses Gesicht. Und natürlich auch die Österreich-Neuvorstellung. Die haben wir jetzt ganz vergessen. Absolut. Und die Österreich-Neuvorstellung ist Chacuzza mit... Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es gleich erfahren. Das war dieser eine Song von Chacuzza. Jetzt wissen wir es. Und ich finde, der Look schaut mittlerweile richtig cool aus. Hot Rod Style. Und was noch cool ist, ist der neue Song von Martin Solveig. Oh ja. Mit... Hey now. Ich habe es vergessen. Hey now. Oh yeah. Hey now. Oh, oh. Zieh euch das rein. Und hier sind wir auch schon wieder. Lukas und Markus. Markus und Lukas. Da hätte ich gleich eine Frage an dich. Ja. Was hältst du so von Jean-Paul? Jean-Paul, Samme Gusserlein. Geiler Typ. Ich habe ihn live gesehen. Und sein neuer Song, da ist eher etwas nachdenklich. Also nicht so partymäßig. Ja, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Ich mag den Jean-Paul lieber, wenn er richtig Gas gibt. Ja. Aber, keine Sorge, in dem Video ist trotzdem ein... eine hervorragende Hasendichte. Und ich schaue mir das Video immer wieder gerne an. Wir gehen später auf Hasenjagd. Heute als Gast neben mir der Viva Underemployed Competition Gewinner. Lukas, was gibt es so Neues an der Arbeitsfront? Wie du weißt, Markus, das, was ich am besten kann, Pause. Und danach kommen die Viva Austria Top 20, eure Top 4. Pause. Okay, Leute, hier kommen die großen vier der Viva Austria Top 20. Absolut. Live aus dem World Wide Web. Direkt hier in die Viva Top 20. White Titty mit. Ha, ha, ha. Halt dein Maul. Hey, aber das war sie da. Oh. Lieber Lukas, als Mr. Underemployed hast du ja viel Zeit zum Fernsehen. Hauptsächlich wirst du Viva Tee schauen, das ist mir klar. Das mach ich auch, Markus. Aber was glaubst du, ist derzeit der weltweit angesagteste und meistgespielte Song? Da gibt es nur einen Song. Und das ist Avicii mit Wake Me Up. Oh, diese Katy Perry, ich fahre einfach richtig ab auf dich. Oh, ich liebe sie. Ja, ich auch. Aber sag mir, Markus, waren diese SMS in diesem Video wirklich von dir? Selbstverständlich. Von wem sonst? Obwohl ich noch auf die eine oder andere Rückantwort warte. Aber weißt du, was ich von ihr dafür bekommen habe? Sag's mir. Applaus. Und wohin führt uns das? Natürlich zur aktuellen Nummer 1, der Viva Austria Top 20. Und das ist... Lady Gaga. Mit Applaus. Lukas und Markus sind raus. So ist es. Hat mich sehr gefreut, bei euch Gast zu sein. Markus und ich, starkes Team. Macht es gut. Pause. Okay.